Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute wieder tatsächlich mit Express und mit EJS, also die Kombination aus beiden. Denn wir haben ja letztes Mal gelernt, wir führen diesen Code hier serverseitig aus. Das ist serverseitiges JavaScript. Wunderbar, quasi wie PHP, nur eben in JavaScript, was wir ohnehin schon können. Das ist toll. Das zweite wiederum ist allerdings, wir haben hier gelernt, wie wir Variablen ausgeben können. Und aktuell haben wir einfach nur eine Zähvariable ausgegeben und eine Textvariable, die wir hier drin definiert haben. Das ist vielleicht eher limitierend, denn das könnte ich auch einfach hier drin machen. Was ich nicht hier drin machen kann, ist den Username auszulesen. Also zumindest nicht ohne API und wir wollen ja Serversite Rendering machen. Also von dem her. Ich muss irgendwie eine Kooperationsmöglichkeit zwischen dem hier, also zwischen meinem ganz normalen JavaScript finden und dem EJS, damit ich hier eben Variablen ausgeben kann. Ich möchte am liebsten zum Beispiel meinen Authenticated User, also das hier, hier drin in EJS ausgeben können. Und dazu hole ich mal ganz kurz die Funktion, oh, nicht Username, sondern die, hallo? Würde ich bitte das Ganze kopieren? Würde mich voll freuen. Okay, es hat irgendwie keine Lust. So, jetzt hat es funktioniert. Ich weiß nicht, warum das manchmal irgendwie schwierig ist. Keine Ahnung, mein System oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall brauchen wir hier natürlich auch noch die Route. Wie gesagt, die Middleware, das ist schon wieder nicht, die Middleware, die hier vorne dran natürlich sein soll. Also Copy machen wir es halt mit der Maus. Oh, und jetzt geht's. So, okay. Also, App.use und Achtung hier, ich will das natürlich auf Slash haben, das soll ja hier drin auch verfügbar sein. Ich möchte also meinen User Authenticaten. Ich möchte ihn einloggen, was ich hier schon gemacht habe. Ich habe einfach gesagt, ey, Bob ist jetzt authentifiziert. Und ich schreibe den Namen Bob in res.locals rein als Validated Users. Hm, kann ich nicht irgendwie auf res.locals zugreifen vielleicht? Ist das nicht vielleicht irgendwie möglich? Naja, gucken wir doch einfach mal. Was passiert denn, wenn ich hier Prozent... Jetzt kann ich wieder nicht tippen. Hallo? So, ich habe jetzt mal ganz kurz die IDE neu gestartet. Das kann ja nicht sein, dass das hier Probleme macht. Also, wenn ich jetzt hier, sagen wir einfach mal, Prozent ist gleich haben möchte. Also, ich möchte was ausgeben. Was passiert denn, wenn ich Validated Users ausgeben möchte? Hm, schauen wir doch einfach mal rein. Da sehen wir doch schon den Bob. Und der ist tatsächlich schon da. Und, ja, ich habe hier aus Versehen zwei spitze Klammern gemacht. Es tut mir leid. Ähm, ja, das funktioniert tatsächlich schon. Ich muss nichts weiter tun, als eine Variable in res.locals reinschreiben und kann dann in ejs drauf zugreifen. Wunderbar, einfacher könnte es nicht gehen. Das ist total easy. Das heißt, ich kann irgendwo in irgendeiner Middleware irgendeine Variable, deren Namen ich mir komplett aussuchen kann, kann ich in res.locals reinschreiben. Das sind quasi die Variablen, die ich für meine Antwort eben, äh, quasi berechnet habe. Kann ich da reinschreiben und kann dann in meinem Serversite Rendering hier drauf zugreifen. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die aber im Endeffekt genau das auch macht. Ich kann hier unten auch noch Optionen mit angeben. Also, ich kann sowas machen wie, ähm, ja, was könnte ich denn hier noch machen? Ähm, meinen Username habe ich ja schon. Ähm, sagen wir einfach mal Level, ähm, sagen wir hier mal 100. So, irgendwie sowas, ja. Ähm, Bob mit Level, äh, Level. So, ähm, und im Endeffekt kann ich mir das jetzt hier auch angucken. Bob mit Level 100. Wunderbar. Was hier passiert, das ist aber auch eigentlich nichts anderes, als dass ich gesagt habe, ey, res.locals.level soll bitte 100 sein. Das ist alles, was ich mit diesen Options hier gemacht habe. Diese Options, wenn ich hier irgendwelche Variablen reinschreibe, dann schreiben die sich einfach nur in res.locals rein und ich kann in der index.ejs genau darauf zugreifen. Also, absolut völlig egal, was ich da reinschreiben möchte. Ähm, ich kann es über res.locals machen. Ich kann das auch oben drüber machen. Ich kann auch hier oben drüber einfach sagen res.locals, bla bla bla. So, ähm, das ist genau dasselbe. Aber es ist natürlich toll, die Möglichkeit auch hier direkt zu haben, sodass es halt, äh, ja, hier drin quasi steht. Und, ähm, mit diesem res.render kann ich jetzt natürlich alle Informationen mir holen, die ich irgendwie brauche. Ich kann hier, ähm, ganz normal mit Variablen arbeiten. Ich kann mir hier auch irgendwelche Informationen über HTML reinschreiben. Das heißt, was ich da rein haben möchte, ich kann mir zum Beispiel aber auch irgendwelche anderen Frames holen. Also sowas wie, hey, hol mir doch bitte mal den YouTube-Link mit diesem, äh, mit diesem Video hier. Und dann habe ich hier eben tatsächlich einen YouTube-Link, der mir da rein integriert wird. Und das wird dann natürlich richtig formatiert und alles. Also, all diese Informationen sind absolut kein Problem. Ähm, sowas könnte ich hier wunderbar mitmachen. Ja, und das ist eigentlich auch schon die tolle Magie an Server-Site-Rendering. Ich kann hier in mein EJS eben Variablen von meinem Server-seitigen Code mit integrieren. Und die werden dann natürlich server-seitig ausgeführt. Client-seitig, also das heißt, wenn ich im Browser auf Validated Users zugreifen wollen würde, habe ich natürlich keinen Zugriff mehr drauf. Diese Variable wird ja nicht übergeben an meinen Browser. Denn da stehen ja eventuell sehr kritische Sachen drin, wie zum Beispiel Datenbank-Sachen, also Passwörter oder sonst irgendwas. Die kann ich ja nicht einfach an meinen Client übermitteln. Das muss ich halt alles im server-seitigen Code machen. Und deswegen steht auch im Quell-Code hier nochmal ganz kurz zum Betonen, im Quell-Code steht nicht drin, hallo Validated Users mit Level, äh Level, sondern hier steht tatsächlich drin, hallo Bob mit Level 100. Ja, das ist wirklich eins zu eins genau das und ansonsten gar nichts. Okay, nächstes Mal schauen wir uns nochmal ein paar Sachen an, Eigenheiten von EJS quasi, wie ich auch noch HTML oder sowas reinmachen kann. Es gibt da noch einen Tag, den ich euch ein bisschen erklären muss, gerade aus Security-Perspektive, wo ich ja herkomme. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.